Warum nicht mich auch immer rechtfertig? Weil ich immer etwas kämpfen will, was nicht mehr justiert, was nicht mehr da ist. Was mich eigentlich unglücklich macht. Und es ist genau, was ich in meinem Experiment gemeint habe, dass es mich rechtfertig nicht ist. Wenn es einem Menschen gibt, der mich aufhängt, der mich aufhängt, weil ich mit dieser Liebe geben kann. Was mich eigentlich sehr stark unumacht. Wir haben auf jeden Fall beide gesagt, dass wir nichts überstürzen möchten. Ein super hübscher Mann. Ja, es ist natürlich einfach schwierig, sich da zurückzuhalten. Aber ja, schauen wir mal, ne? Das wird. Ja, genau so. You get what you deserve. I'm your nightmare while you're fast asleep. Wrong has never felt so right. And revenge has never felt so sweet. I will be your worst and darkest dream. I will be your worst. Will it go? Will it go? I will be your worst or less. I will be your worst. Do it, Dr. M culture here. Oh, you are. Oh, oh. What your worst. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh oh. Untertitelung des ZDF, 2020